Hallo und herzlich Willkommen zum Mittwochs-Update vom 18.01. Und zum neuen kleinen Geschichtshäppchen und Fellfarben-Update. Was ist heute für euch alles Neues dabei? Als allererstes beginnt das neue Gartenpflegen. Denn es gilt ja das Portal in die Teufelsschlucht langsam aber sicher aufzubauen. Und wie macht ihr das? Ihr müsst die Hauptstory bis zu dem Punkt gespielt haben, wo es, Achtung jetzt kommt ein Spoiler, den Kampf gegen die Nachtreiter gab und ihr final den kleinen Samen hier platziert habt. Denn danach gilt es jetzt den kleinen Samen wieder aufpäppeln und das wird vier Wochen dauern. Genaueres dazu folgt aber noch in einem kleinen Video dazu. Doch was gibt es noch Neues für euch? Es gibt sechs neue Fellfarben für euch und die sind sehr weit verbreitet. Denn wir haben nämlich nicht nur zwei American Paint Horses. Einmal den guten Kandidaten hier, der übrigens lustigerweise ein Herzchen auf dem Po hat und seinen Kollegen daneben. Nein, wir haben auch zusätzlich noch von den Tennessee Walkern zwei Kandidaten, die ihr auch hier auf der Starshine Ranch finden könnt. Doch das sind nur vier an der Zahl. Die anderen beiden findet ihr verteilt über Jorvik. Denn wir haben einmal in Feargrove einen der beiden Kandidaten und dort hat sich dann nämlich das Finn-Pferd bei seinen Kollegen angesiedelt. Und den gucken wir uns nämlich jetzt gleich einmal an. Denn der steht jetzt nämlich hier einfach mal direkt mit den anderen Kollegen hier. Da haben wir nämlich unser Finn-Pferd. Übrigens, da wir direkt schon hier sind, seht ihr, dass auch hier ein wenig aufgeräumt wurde und Platz geschaffen wurde. Aber dazu später mehr, denn die Morgens wurden zusammengefügt und haben jetzt auch noch einen Platz auf dem Pferdemarkt gefunden. Den letzten der Kandidaten und das belgische Warmblut finden wir dann hier bei dem Silverglade Landgut. Direkt, wenn ihr aus dem Transporter kommt, dort findet ihr dann auch das neue belgische Warmblut. Alle kosten natürlich dieselben Preise und sind permanent jetzt dazu zu ihren alten Kollegen dazugestellt worden. Soweit dann aber auch das Update für diese Woche. Nächste Woche geht es dann mit an die neue Nebenquestline, denn die Jorvik Gazette öffnet ihre Tore. Was wir da genau machen können, wissen wir noch nicht. Es hört sich so ein bisschen nach einer neuen Sammelquestline an, wo wir dann wahrscheinlich interessante Schlagzeilen ganz über Jorvik sammeln können. Wir können gespannt sein, was diese Questline mit sich bringt. Auf jeden Fall gibt es natürlich nächste Woche auch einmal unser Pflanzen verpflegen, wenn es wirklich eine wöchentliche Sache ist. Denn vier Wochen, wo der von Stars Level angekündigt wird, das Ganze mit dem Bäumchen aufpäppeln dauern. Ich sage danke fürs Zuschauen und bin gespannt, wie euch so das Update für diese Woche gefällt. Und wenn das euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal zu einer neuen Runde Star Stable wieder. Bis dann. Ciao, ciao.